Aufnahme. So, hier ist eure Nali-P, genau. Kommen wir zu der zweiten Aufnahme, sag ich einfach mal zu. Die erste Aufnahme habe ich gerade gemacht. Ich war jetzt aber okay, bis das Spiel abgekackt ist irgendwie, warum weiß ich nicht. Nicht wundern, falls ich das hochladen sollte und das da zum Schluss schwarz ist. Da ist das Spiel leider abgekackt. Jetzt probieren wir es noch einmal ein bisschen. Und dann gucken wir mal, welche Aufnahme besser ist. Oh, wie gut. Genau. Also, machen wir doch mal ein bisschen und gucken mal was besser. Hier habe ich fast eine Stunde gemacht. Guck, wir machen jetzt so eine halbe Stunde oder so. Weniger. Müssen wir mal gucken. Nicht wundern, wenn das erste ich hochlade und das bisschen schwarz ist. Kann passieren. Sag ich ja immer, es läuft nie immer alles perfekt. Das Spiel leider abgekackt. Wo ist das? So. So. Warte mal. So. Das machen wir hier rein. Oh. So. 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 jetzt. So. 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 noch. So. 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 Das erste ist ein zweiter Versuch. Der Molly und der Anton, einen Tag, war zu heißer eigentlich. Und hier. So. Der hier hat. Oh, das war wirklich roten Kopf. Schade. Ich könnte aber in der heißen Sonne wohl laufen. Wir dürfen auch gleich wieder spielen. Oh, das ist ja. Oh, ja. Oh, ich hab auch schon viel abgespült. 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 So, tschüss. Oh, ich hab auch schon viel abgespült. Oh, ich hab auch schon viel abgespült. Oh, ich hab auch schon abgespült. Oh, ich hab auch schon abgespült. Okay. Oh. Oh. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ach, eine Spritze, du. Ach, eine Spritze, du. Ach, eine Spritze. Gut, ich habe alle geprüftet, dass mein Haus jetzt geirgelt wird. Das Haus jetzt geirgelt? num verdreißig So, gucken, Elia, oh Gott, seit die Witzen wird schon Siegnen befreit, trotz Siegang, haben wir vermehrte Verrollen im Fall schon noch. Oh, come on. Oh Gott. Oh Gott. So, an der vorderrechten Runden fährt. Ein wenig hoch sollte die Wunde nicht. Vorderlinke Fohle auch nicht, grundiere nach jedem Beispiel, und die vordere ist weg. Das ist es. Ich will das für nach Hause schicken. Ja, heißt jetzt. Oh Gott, schnell. Oh Gott. Beim Verzügerung ist unsere Maus auf einen Ast getreten. Oh, ich. Okay, dann gucken, was hier los ist auf den Ast. Jetzt müssen wir erstmal die Weichel anheben. Ich bin. dann behandeln wir es So, jetzt auch schon. Kommt ein bisschen mit Salve und tippe das. Wenn ihr ein bisschen auch zu viel macht, ist das auch schön, wie ihr seht. Das haben wir auch versorgt. So, dein Haus hat sich wohl verletzt und ich habe eine Wunde am hinteren linken Bein versorgen müssen. Mach mal ein bisschen ruhiger in nächster Zeit. Mit ein wenig Ruhe sollte die Wunde am hinteren linken Bein wieder heilen. Können wir wieder nach Hause schicken erstmal. So. 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 Anniak, sieg werden auf den Weg�� Diiteter Schwavel und verwenden Sekunde 2.0 Sekunde 8.2. Sekunde 9.5. Sekunde 10.5. Sekunde 10.1 bis 14. Ich bin einfach so verschlüge, Oh mein Gott. Ja, schön. Ah, so bin ich. Ah, komm, wasser. Ja, so kitzig. Ja, so kitzig. Ja, so kitzig. Ich lasse. Die Pflaster kriege ich nie so gut hin. So, ich habe alles gebucht und ein neues Haus. Ich habe alles gebucht. Ich habe alles gebucht. Ich habe alles gebucht. Wir haben einmal hier eine Stücke. Ich habe alles gebucht. Ich habe alles gebucht. Ich habe alles gebucht. Ich habe alles gebucht. Jetzt 8.740. Und das Ausbau. Hanna, sie ist eine alte Freundin von mir. Heute arbeitet sie hier. Könntest du dir alles zeigen? Selbstverständlich. Wir kommen an deinen ersten Tag. Hier ist der Warteraum. Das Verhandlungspersonalraum. Für den ersten Tag wirst du mir Handlung aushelfen. Für den ersten Tag wirst du mir an der Rezeption aufhelfen. Tagwig ist dein Name. Oh. Name ist Tom. Und wie kann ich helfen? Hm. 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 Ich meine. Tarts hat. Netz. Dann kommen. Da können wir den kleinen Tarts helfen. Ah. Renovierung. Okay. Platziere dir Gott. Halte dir Gott. die Reiche bei platzierten 3 Sterne. Ah cool, ich level 21. Das ist krass. Ich brauche noch einen durchführen. 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 So muss ich nochmal machen. Jetzt müssen wir uns in der Nähe Kampagne einstellen. Dann werden wir uns in die Mitte abholen. Dann schnau ich an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Das war's für heute. Entschuldigung. Ich berechne doch mal so eine Reihe jetzt hier. Ich werde die überziehen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das haben wir hier noch geschafft. Da hoch. Das stimmt. Das stimmt auch. Ah, ja, zusammen mit. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja klein. Klein. Eingemacht. Und dann wird es nochmal wieder mit dem Hosa reingemacht, um es zu rühren. Fertig. Ich kann das essen. Fertig. 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 Anhausei Mordaoline. Fertig. 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 Fraterig. Was haben wir? Den kleinen Racker. Gut, ich werde ihn komplett durchstecken lassen, machen wir einmal. Angst wieder nehmen. Genau, wenn ich die anderen Patientinnen habe, danach mache ich den erst mal raus. Stimmt leider nicht. Kann ich auch hinhaben. Ich habe einen Schaden aufgett, dass ich mich nicht einmal rauskomme, ich habe einen Schaden aufgett, und das ist der Schaden aufgett. Ich habe einen Schaden aufgett. Die Schaden aufgett. Schaden das extrem, dass wir hier und das am Schaden einmal machen müssen. Das ist richtig. Wir müssen jetzt wiederholen. Hier haben wir die einen Schaden aufgett. Die Schaden aufgett. Da kommt nicht aufgett, så kommt es am Schaden zum Schaden. Passiert auf die Schaden. Was haben wir geschehen? Okay. Oh, ich bin ein Sprech. Ja, ich bin ein Sprech. Ich habe alle gepackt. Ich bin ein Sprech. Impf. Na. Nein, Patent. Ich glaube ich auch nicht. Ushiyo. In der Keraldo, wenn man scheinbar ist auch nichts mehr frei. Das ist auch mal die letzte Partie. Dann ist einfach mal das Video beendet. Ich wollte aber wirklich Spaß machen. Ich würde auf jeden Fall weiter machen. Ich hätte auch mal die Prayer einführen. Ich würde schon mal wissen, dass das Video hören könnte. Oh, ich weiß, nicht die Tageixeine. Das macht es nicht. Ganz. Und wieder Handschufeinsatz. Also. Perfekts! Das haben wir schon. Haku, das sind wir... Lachen. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Machen. Das sind noch. So, das Hausjahr hat einen Schlag gecheckt auf Peru und darauf keinem von uns zu spielen. Das Hausjahr wird in der nächsten Zeit über etwas angemessen. Gut, schickt ihn auch nach Hause. Nach Hamburg. Genau. So ein paar weg, mach noch die Geschenke drauf und dann... Eine Spinde. Genau. Genau. Ja gut, das Video ist erst mal hier beendet, ja wenn es euch gefällt, legt gerne mal einen Kommentar. Da war es wieder mal rein und klubschen rein. Bis dann, tschau tschau!